Guten Morgen zusammen. Anfang November mehr oder weniger strahlenblauer Himmel, nur noch so ein bisschen Morgendunst. Minus 6 Grad stand vorhin glaube ich auf dem Thermometer bei der Bank. Hier sieht man auch mal schön, es hat richtig gefroren. Es ist eine herrliche Luft, auch wenn es durchaus kalt ist. Aber wie ich ja immer sage, wenn so ein Wetter ist, da hält mich eigentlich nichts drinnen. Jetzt heute Morgen musste ich mir selber wieder so ein bisschen in den Hintern treten, weil es doch beim ersten Durchlüften in der Wohnung recht frisch reinkam. Und wenn man gerade so aus dem Bett kommt, wisst ihr selber wie das ist. Da braucht man erst so die ein, zwei Kaffee, ein bisschen Überwindung und dann geht es aber auch los. Und wie man sieht, das lohnt sich immer wieder. Ja, was ist mein Ziel heute? Ich habe kein Ziel. Ich bin ja immer so ein bisschen bummelig unterwegs und auch das werde ich heute machen. Einfach hier wieder so ein bisschen über Land, wo ich das ein oder andere erzählen. Jetzt gerade ist mir definitiv schon zu warm. Ich habe die Daunenjacke angezogen und habe das Gefühl, ich zerschmelze da drin. Ich bin ja nicht ganz so kälteempfindlich. Das geht auch noch ohne Handschuhe, wenn es leicht unter Null ist hier beim Fahrradfahren. Aber da ich in letzter Zeit so oft was mit dem Rücken hatte, dachte ich mir ziehe ich mal ein bisschen wärmer an. War aber definitiv zu viel. Also wenn es nicht minus 10 Grad ist, brauche ich glaube ich keine Daunenjacke mehr anziehen. Das ist mir zu warm. Selbst wenn ich gemütlich fahre, so mit 15 bis 20 kmh, ist das ja nichts für mich mit dieser dicken Jacke. Aber es wird auch irgendwann wieder anders kommen, dass man warme Jacken braucht und dann werde ich die liebend gern anziehen, weil ich ja so diese Daunenjacken sehr mag. Ich habe ja von VAUDE so eine Jacke mit einer Innenjacke, die man rausnehmen kann, die auch über vier Stunden locker den Regen abhält, was keine Daunenjacke ist, sondern die hat so einen Fließeinsatz. Das ist so meine Allzweckjacke, die man eigentlich immer anziehen kann, Sommer wie Winter und dann eine dünne Daunenjacke, langärmlich, die so ein, wie nennt sich das denn, die man halt so ein ganz kleines Packmaß nur hat, die ich immer so in den Tagesrucksack ständen kann auf Wanderungen und dann noch eine richtig gute Daunenweste, ja für so zwischendurch. Also im Grunde für jede Temperatur und Jahreszeit ein Daunenteilchen, wen es interessiert und wen nicht, der hat jetzt wahrscheinlich eh schon abgeschalten. Ja, ich würde sagen, lasst euch überraschen, was da kommt, ich weiß es selber nicht. Hier kommt jetzt die erste Ortsdurchfahrt gleich in Weckinghausen mit schönen alten Bauernhöfen, die auch zum Großteil noch so traditionell genutzt werden. Bei allem weiß ich, ist kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr drin, da hat der Martin, mit dem war ich früher zusammen in der Schule, eine Firma eröffnet für Solaranlagen. Und damit ist er auch schon seit, ja, mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich, glaube ich. Und diese alten Backsteinhäuser auf den Höfen, die haben doch auch immer was. Im Norden finde ich es noch schöner, weil da die Fenster und Giebel ein bisschen anders ausgearbeitet sind. Aber auch hier ist ganz schön. Wo fahre ich, wo fahre ich? Ne, muss ich auch mal im Kreis. Aber hier der Blick auf den Hof war auch so schön mit dem alten Fachwerk, auch wenn es nicht instand gesetzt ist. Und das ist so gesehen die Hauptstraße hier mit den drei Höfen, die durch Weckinghausen führt, entlang dieser schönen Fachwerkhäuser. Ihr merkt schon, ich habe heute Sabbelwasser getrunken. Ich weiß selber nicht, was mit mir los ist, aber irgendwie kann ich gar nicht auf ihn zu quatschen. Das nenne ich mal eine spiegelglatte Eisfläche. Hier ist so das Wasser, ja, von diesem kleinen Wall runtergelaufen. Beziehungsweise es läuft oberflächlich immer noch über das Eis. Aber da braucht man auch nicht mal eben schnell mit dem Rad drüber, dann liegt man nämlich da. Aber schön finde ich es trotzdem. Ich habe vorhin schon so große Pfützen gesehen, wo ich direkt den Gedanken hatte, guck mal, als Kind wärst du da gleich reingesprungen. Ja, aber hier, da braucht man nicht drüber fahren. Naja, habt ihr das auch manchmal noch, dass ihr dann denkt, egal wie alt ihr jetzt seid, als Kind wär ich da reingesprungen? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich habe solche Gedanken andauernd. Mittlerweile bin ich in Erwitte angekommen und schaut euch mal dieses parkähnliche Grundstück an. Das geht noch hier vorne weiter bis zur Straße. Schon nicht schlecht. Wahrscheinlich so einen industriellen Villa aus den 70ern würde ich tippen. Ah, ich dachte, hier kann man noch mal einen Blick erhaschen. Aber wohl nicht. Hier ist jetzt so ein ganz kleiner Park. Direkt neben dem Gymnasium in Erwitte. Wo die Runden von den Schülern vielleicht mal gedreht werden, um ein bisschen Sauerstoff aufzunehmen. Nochmal zum Thema alte, schöne Häuser. Das ist jetzt nicht mehr so schön, aber so sahen halt die Kornhäuser früher aus. Umso schöner, wenige Meter weiter, hier diese Kirche in diesem schönen Sandstein. Mit dem Licht ist das doch wohl mal ein klasse Bild hier. Auch der Glockenturm, der von vorne offen ist. Ihr habt es anhand des Zuckens in der Kamera gesehen. Ich bin doch recht schreckhaft, wenn ich konzentriert bin auf das, was ich gerade filme. Mann, Mann, Mann. Naja, er war zumindest hinterm Zaun. Ja, hier hat man einen schönen Blick auf die Hellweg-Halle. Hier fanden früher immer so Schützenfeste und Sportveranstaltungen statt. Dahinter ist der Sportplatz. Ist ja jetzt mit Corona momentan. Eher ruhig hier. So, für die Jüngeren, die hier zuschauen. So was habt ihr wahrscheinlich in Natura noch nie gesehen. Weil es Dampfwalzen ja so nicht mehr gibt. Aber im Grunde ist das das Gleiche, was heute in Modernen, in Schwarz-Gelb, eure Teerflächen für die Straßen glatt walzt. Bloß halt nochmal in Schöner, würde ich sagen. Wenn man jetzt in Erwitte durch diese kleinen Gassen fährt, ich bin jetzt durch die Bahnhofsstraße oder alte Bahnhofsstraße runter, dann kommt man hier entlang dieser ganzen Herbruchstaunen, Bruchsteinmauern, wo dann oberhalb doch wieder sehr schöne Fachwerkhäuser sind. Bin ich gerade hier um die Ecke gekommen und dachte, was ein Ausblick, schön hier auf die Kirche. Ja, du hast Vorfahrtmeister, musst du auch fahren. Naja, auf jeden Fall strahlt die Kirche mit ihren goldenen Ziffernblättern da so richtig schön. Ich würde sagen, dann fahre ich doch mal hier auf den schönen Marktplatz. Das fängt an hier mit Hotel, Restaurant Büker, in so einem schönen alten Gebäude. Na gut, das eine oder andere ist natürlich nicht so gut erhalten. Aber ansonsten würde ich sagen, muss sich der Marktplatz hier definitiv nicht verstecken. Es blendet jetzt sehr mit der Sonne. Na, jetzt müsste es besser gehen. Die alte Wirtschaft hier, wo damals in der Nacherkirche wahrscheinlich alle zum Frühschoppen rein sind. Ich weiß nicht, Frühschoppen, sowas gibt es ja heute wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Und jetzt drehe ich mal eine Runde um die Kirche. Ja, schön angelegt, nicht spektakulär, aber ist mal ein Blick wert. Direkt unterhalb der Kirche ist hier so ein schöner kleiner Bachlauf. Mit dem typisch zementfarbenen Wasser, würde ich mal sagen. Die Zementindustrie ist ja hier sehr stark in der Region. Ist natürlich auch ein bisschen von dem Sandstein beeinflusst das Wasser. Also nicht nur Zement. Nicht falsch verstehen. Will ja nicht schlechter reden, als es ist. Oh, das sieht aber noch alles sehr neu aus hier. Das kenne ich so gar nicht. War auch schon lange nicht mehr hier. Ich befinde mich jetzt hier am Krankenhaus in Erwitte. Und direkt daneben hat man einen schönen Blick auf das Schloss in Erwitte. Da fahre ich jetzt gleich natürlich noch mal rüber und schaue mir das genauer an. Habe ich glaube ich auch in irgendeinem Video schon mal gezeigt. Aber ich sage ja, man kann nicht immer alles neu entdecken. Nur neue Ecken und Eindrücke sammeln. Und letztendlich geht es ja auch ums Genießen. Ich höre da gerade das Wasser so schön rauschen. Das Wasserrauschen kommt leider hier von einem Gully. Aber ich habe gerade gesehen, dass man hier in das Türmchen reingehen kann. Und das mache ich doch jetzt erst mal. Ja, wenn man jetzt hier schön die Treppe hoch geht, hat man einen herrlichen Blick aufs Wasser runter. Ach, das ist ja klasse. Ach, hier oben ist leider abgesperrt, so wie es aussieht. Ich schaue gleich mal eben richtig. Aber man hat ja einen herrlichen Blick Richtung Kirche und Wasser hier. Hat schon was. Hier sieht man jetzt schön die Außenmauer von der Burg. Wie so eine Festung. Leider komme ich jetzt hier so nicht direkt rüber auf die andere Seite zum Schloss. Sondern muss dann einmal außenrum noch fahren. Was ich aber jetzt eben machen werde, ist ja kein Problem. Das ist jetzt der Schlossweg und Radweg in Eim. Das ist doch ein toller Anblick hier. Mit dem Ententeich schön. Und hier ist so ein kleines Türchen, wo es jetzt reingeht. Wenn mein Lenker da durchpasst. Ja, passt. Du musst ja immer aufpassen hier mit den Hörnern, dass man nicht doch mal hängen bleibt. Ja, ist schon eine sehr schöne Anlage hier. Ich fahre mal eben ein kleines Stück hier rüber. Damit ihr dann auch einen vernünftigen Blick aufs Schloss habt. Das hat ja sonst keinen Sinn. Wunderschön. Das, was man hier jetzt sieht, war militärischer Bereich. Also diese Gebäude. Und die grenzten hier früher direkt an den Schlosspark an. Mittlerweile alles öffentlich, weil es ja keine militärische Verwendung mehr hat. Das Ganze. Und ja, mittlerweile eher so zum Flanieren alles einlädt. Auch von dieser Seite noch mal ein schönes Schloss zu sehen. Herrlich mit den Sonnenstrahlen. Und in dem Ententeil der Kaserne waren die alten Offizierswohnungen. Von 1937 waren die, glaube ich. Da hat sich die letzten Jahre nicht ganz viel geändert. Wie ich gerade feststelle. Ja, hier außerhalb haben sie eine Skateranlage hingebaut. Finde ich sehr gut. Da stört auch keinen das Knallen oder Knacken von den Decks, wenn die mal ein bisschen härter aufkommen. Da gibt es ja immer heiße Diskussionen, sobald ja irgendwie Wohnhäuser in der Nähe sind. Und hier vorne stand gerade ein Hinweisschild Richtung Heimatdorf. Das ist mir jetzt völlig unbekannt. Deswegen will ich gerade auch mal schauen, was das ist. Ob das das hier schon ist? Ja, da steht schon das nächste Schild. Heimatdorf. Mal schauen, ob es da irgendwelche Hinweise gibt. Heimathof. Das gehört zum Heimatverein Erwitte, den es seit 1973 gibt. Okay. War mir nicht bekannt, dass die hier irgendwie was haben. Aber ich glaube auch nicht, dass das schon immer hier ist. Hier war schon immer was, das weiß ich. Aber das war definitiv nicht der Heimatverein. Das sieht im Inneren aus, als wenn da viel landwirtschaftliche Geräte ausgestellt werden. So in der Art, wie das, was hier steht. Gut. Ich fahre weiter. Leider endet dieser Weg hier direkt an der Bundesstraße. Und da wollte ich eigentlich nicht fahren. Mal schauen. So, meine Lieben. Ich werde dieses Video jetzt hier mal beenden. Durch den kalten Ostwind, den ich jetzt gerade doch recht lange als Gegenwind hatte, habe ich das Gefühl, ich kriege eine Gehirnvereisung. Mir tut der ganze Kopf vorne schon weh. Daher war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Markus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.